Aber das tut ihrer fliegerigen Qualität ab. Wir sehen jetzt auf jeden Fall die bekannteste und aufgestellte Modellungsschrauber geworden. Die Welt. Auch Spahn jetzt zu uns gekommen. Mit ihrer richtigen Sackle-Rolle. Jochen Bello! Jochen Bello! Wir haben eine Lacken, die wir vor uns beantragen haben. Wir müssen wissen, dass wir die Kampus sind, das beste Modell ist, aber wir müssen uns aufzuhören. So, jetzt könnt ihr euch über 100 Euro rechnen. Na uah! Na uah! Gut daran, wo wir sonst alles entkommen. Aber auch fast nicht mehr. So, jetzt mach ich was, was mach ich noch mal oder nicht. Schauen Sie mal schnell auf den Hintern. Schauen Sie mal auf den Hintern. Da sehen Sie was, es macht Vorsicht. Sie fliehen besser auf den Rücken. Sie hat hier den Rücken aus dem Rücken. Sie muss jetzt komplett runterhecken. Jetzt mal auf. Ich darf nicht die Kraft da jetzt machen. Nein! Erinnert aus dem Rücken. Sie muss noch weiter runterhecken. Sie fliegt hier gegen den Rücken. Selbst auf einmal. Das macht ihr als einziger Pilot, die wir uns hier auf den Rücken. Sie fliegt hier auf den Rücken. Hier hier auf den Rücken. Wir sind hier auf den Rücken. Wir haben alles auf den Rücken. Wir sind hier auf den Rücken. Ganz ruhig! Ja! Eine Bedebersage. Nur wir sind hier an die Rücken. Wir sind hier in einem Eckrad-Budel. Nonch tust出去 hinzu. Na ja! Ausbahnen hier zu uns besorgen. Ja, ihr habt gehört, jetzt haben wir 3D gesehen, jetzt schauen wir uns an. Andere Hubschrauber fliegen an, das ist präzise. Musik 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017